Das Noviziat ist ein Kampf gegen die Natur. Die Opfer, die es uns abverlangt, sind schwer zu ertragen. Sie sind unmenschlich und nur durch Demut zu erdulden. Vater, bitte verzeih mir. Ich schäme mich für meine Sünden. Aber was war das für ein Lärm? Ein verwundeter Mann liegt im Garten. Die Oberin kümmert sich um ihn. Mutter, die Regeln verbieten die Anwesenheit von Männern innerhalb der Mauern. Niemand außer uns könnte diesem armen Mann helfen. Ihr wolltet mich sprechen, Signore. Ich wollte dich einfach nur wiedersehen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, begannen die Heimsuchungen hier im Kloster erst nach der Ankunft der jungen Contessa. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die bemitleidenswerte Isabella das Böse mit sich führte. Ich hatte so etwas wie eine Vorname. Als hätte der Teufel mich in seiner unendlichen Überheblichkeit herausgefordert. Aber ich werde ihn besiegen. Du wirst meinem Befehlen folgen und dieses Haus Gottes auf der Stelle verlassen. Ich lerne denي. Ich werde sie häufig erzählen. Bis zum nächsten Mal. COPYRIGHT UNT Good Is... CHAD